Herzlich Willkommen zum wahren Koran, meine Lieben. Das Buch des Lichts lehrt ja, der Ur-Koran wurde geschrieben von heiligen Frauen vom Kreh-Stamm. Korreh oder abkürzend Q und dann ein Apostroph und Re, daher später sowieso das Wort Koran oder Kur-An. Später wurde das dann umgeschrieben und die Frauen, die heiligen Frauen, die schrieben das zu einer Zeit des Matriarchats. Da herrschten Frauen sozusagen über Männer, hatte eine Frau mehrere Männer und das Matriarchat änderte sich dann in ein Patriarchat und da haben wir den Koran von heute, der aber sehr missverstanden wird und gerade deshalb zum Missbrauch dieser Lehre führt. Und wir sehen ja, was los ist, das geht ja dann, sagen wir mal, bis zum Kopfabschneiden, ja, wenn man also ein Ungläubiger ist. Wir wollen uns mal so Stück für Stück vortasten. Schauen wir mal, der Koran oder Koran lehrt Reinkarnation, Karma und Reinkarnation. Da werde ich noch im Detail dazu kommen. Man muss den Koran nur mit dem rechten Verständnis lesen und dann wird man das schon verstehen, ja. Meine Lieben, wenn man den Koran wörtlich nimmt, dann kann das ein Problem sein, denn da wird gelehrt, jeder Mann, der Allah und Mohammed gehorcht hat, bekommt im Paradies ein großes Harem, ja, und kann dort alle Sinnesfreuden genießen. Er kann auch Fleisch essen, Wein trinken, alles. Also was auf Erden verboten ist, Wein trinken, da gibt es dann im Himmel Flüsse von Wein. Das alles ist natürlich satanisch, wenn wir es wörtlich nehmen, da müssen wir aufpassen. Meine Lieben, in der Seelenatemmeditation können wir uns über das Körperbewusstsein erheben und da kommen wir in höhere Ebenen, die haben dann, je höher sie sind, nichts mehr zu tun mit Harem und mit Fleisch essen und Wein trinken, denn der geistige Mensch, der lebt von, ja, man kann sagen von Äther, ja, das sogenannte Manna, auch der Bibel, die natürlich auch missverstanden wird. Aber schauen wir uns das jetzt mal in aller Ruhe an, ohne dass wir jetzt gleich nervös oder aufgeregt werden, Denn wenn man zu sehr Emotionen zeigt, dann ist das wie eine Mauer zwischen der Wahrheit und uns. Satan will nicht, nicht wahr, dass sich die Welt komplett auflöst. Er will das Verlangen nach der Materie erhalten. So kann man sagen, und das wird von vielen Muslimen, die also wirklich das Verstehen bereits behaupten, dass das Himmelreich der Muslime, wie es so jetzt wörtlich verstanden wird, wohl eher ein Höllenreich ist. Und da müssen wir aufpassen, meine Lieben. Da gibt es große Heilige und Menschen, die wissen, die das bereits, sagen wir mal, verkünden. Ja, im Buch des Lichts sind sie alle genannt. Schaut mal, für die Bibel gilt ja, was auch für den Koran eigentlich gilt. Das Buch des Lichts lehrt ja, dass der Koran und die Bibel und alle anderen Schriften wunderbare Schriften sind, wenn man ihren Kern versteht und nicht die symbolische Hülle, die symbolische Hülle für wörtlich nimmt. Ich gebe euch ein Beispiel. In vielen Suchen steht, oder in mehreren, etwa wörtlich, so wie in dieser, Tötet die Ungläubigen, wo immer ihr auf sie trefft, tötet sie. Ja, da wundert ihr euch, ihr Lieben, wenn die Leute heute kommen und sagen, sie wollen Köpfe abschneiden. Ja, aber dieser Satz ist wie so vieles im Koran eine Allegorie. Wie, das Buch des Lichts lehrt, er bedeutet, o ihr Ungläubigen, tötet eure Dogmen, an die ihr glaubt. Schmeißt euren bisherigen Glauben aus eurem Geist, wo immer ihr da in eurem Denken auf sie trefft. Denn auch Jesus hat gesagt, hat die Schriftgelehrten aus dem Tempel gejagt. Wir müssen wieder empirisch werden, wir müssen erfahren und wir müssen nicht den Schriften wörtlich folgen, so wie sie bisher waren, denn die führen uns in die Irre und wurden auch missbraucht durch die Jahrhunderte und Jahrtausende. Also, wenn da steht, o ihr Ungläubigen, oder tötet alle Ungläubigen, wo ihr sie trefft, dann bedeutet das nicht die Ungläubigen. Es bedeutet den eigenen, eigenen falschen Glauben. Das hat auch zu tun mit Dschihad. Denn Dschihad bedeutet in Wirklichkeit eben nicht, die Ungläubigen zu töten, sondern die eigenen Schwächen zu töten. Denn das, meine lieben Muslime und Christen, ist der größte, schwierigste Kampf, den wir in unserem Leben überhaupt haben können, eigene Schwächen zu bekämpfen. Derjenige ist ein größerer Held, der die eigene Schwäche bekämpft, als jemand, der hunderttausend im Kampf besiegt. Ja, es geht wieder um uns selbst, wir müssen uns nach innen wenden, meine Lieben. Wir sehen ja auch, zum Beispiel, dass in der Bibel gewisse Tiere nicht gegessen werden sollen. Das bedeutet an sich genau nicht das, sondern es ist eine Symbolik und Allegorie, denn hinter den Tieren, den Namen dieser Tiere, verstecken sich kosmische Ereignisse und Daten für die Eingeweihten. Und für das Volk hat man das Märchenhaft da so hingetan, ja. Am besten ist es, wir leben vegetarisch und lasst doch die armen Tiere in Ruhe, ich bitte euch, ja. Es steht auch nicht drin, dass man kein Schweinefleisch oder sonst was essen soll. Der Buddha wurde im Zeitalter, im Kalper der Boa, also des Schweines sozusagen, oder man hat gesagt, er wurde vergiftet durch Schweinefleisch essen. Ja, das führen auch viele Muslime an. Bedeutet einfach, das Kalper des Schweines, das ist ein Sternkreiskalper, ging dort zu Ende und so weiter. Da kommen wir noch im Detail jetzt drauf, weil es Zeit wird, endlich mal diese wahnsinnigen Christen, aber auch Muslime zu belehren, dass sie nicht so aggressiv sein sollen. Denn ich meine, auch die Christen haben sie ja ganz schön abgeschlachtet, andere Menschen während der Kreuzzüge und so weiter. Jetzt erfahren sie das Karma. Darum ist es ganz wichtig, Karma und Reinkarnation zu verstehen. Und wir müssen jetzt einmal, das habe ich absichtlich gemacht, jetzt diese Folge, die wahre Bedeutung des Korans. Wir müssen uns endlich einmal von den Emotionen freimachen und mit klarem Geist und Manas, beziehungsweise ein Sanskrit-Wort. Sanskrit ist ja der Ursprung aller Sprachen, meine Lieben. Wir müssen wieder vernünftig, gleichmütig werden und uns anhören, was hier gesagt wird. Wenn hier Essensgebote sind, sei es in Bibel und im Koran, dann ist damit auch auf geistige Nahrung abgehoben oder hingewiesen. Nicht das materielle Essen. Schaut mal, Spalthufer. Das hat zu tun, auch mit der kosmischen Einteilung des Universums. Aber für die schlichten Gläubigen sozusagen zu der Zeit hat man das versteckt, damit das weiter übertragen wurde und die Eingeweihten dahinter die wahre Bedeutung sehen, die jetzt Stück für Stück im Buch des Lichts auch enthüllt wird. Schaut mal, ihr Lieben, wenn von Spalthufern die Rede ist, ist auch psychologisch etwas gemeint. Es gibt doch Menschen mit gespaltener Zunge. Ja? Die meisten unserer Politiker haben gespaltene Zungen. Die meisten Pfaffen haben gespaltene Zungen. Viele, die den Koran missverstehen, haben auch gespaltene Zungen, absichtlich oder unabsichtlich. Ja? Damit ist gemeint, man soll keinen Spalthufer essen, unter anderem. Ja? Die Deutschen haben in den 30er Jahren, sagen wir mal, das christliche Abendland nicht richtig verstanden. Und sonst würden sie ihre Bibel anders definieren und das wird ja jetzt durch das Buch des Lichts geschehen, meine Lieben. Schauen wir mal weiter. Ich versuche hier, Stück für Stück mich vorzutasten, das benutzen, was im Augenblick so viele Probleme schafft. Ja? Wir sind in einer Matrix-Ebene unseres Universums und da sind wir eben noch in der Entwicklung. Und wir wissen, dass der Mammut-Johan oder Satan oder Shetan eben der Herr der Materie ist. Er ist der Sat-An, es heißt der Widersacher. Und diese Dualität muss sein, damit indem wir ihn besiegen, also unsere Schwächen, wir dann die Götter werden, die wir eigentlich schon sind. Wir wissen es nur nicht. Wir sind alle Götter im Werden, meine Lieben. Und wenn ihr den Erzengel Michael seht, Issa, Immanuel und so weiter, dann hat das auch mit Jesus Christus zu tun, aber den Meister, nicht wahr? Wenn wir Luzifer sehen, den Lichtbringer, na was ist denn das? Das ist die Supermonade, die als erstes beim Wiedererwachen des Universums in die Materie fällt, sie befruchtet und ein Licht verursacht. Ja, wenn wir das jetzt verurteilen wollen, dann ist das natürlich eine völlig falsche Ansicht, denn der Widersacher macht uns zum Gott im Werden, nicht indem wir ihm folgen, eben nicht, sondern indem wir ihn überwinden. Meine Lieben, der Koran, der Koran lehrt Reinkarnation. Er wird nur verkehrt verstanden. Die gläubigen Moslems glauben auch nicht nur an ein Leben, die, die etwas mehr wissen jetzt, sondern sie glauben auch ein Leben nach diesem Physischen. Also da sind schon zwei. Und sie wissen, dass die Hülle der Körper abgelegt und der Mensch entweder auf einer von sieben Himmelsebenen erwacht oder eben in der Hölle. Aber da bleibt er nicht für ewig. So grausam ist kein Gott, meine Lieben. Das heißt nach einer Periode der Reinigung, die im Himmel sehr, die in der Hölle, Entschuldigung, sehr schmerzhaft ist. Warum ist sie so schmerzhaft? Das Feuer unserer Leidenschaften erglüht nach dem Tode in einer niederen Astralebene, die dieser Schwingung entspricht. Und so werden wir schmerzhaft gereinigt. Meine Lieben, bitte befasst euch mit der Lehre und glaubt nicht an diesen Unsinn, dass ihr im Himmel 72 Jungfrauen habt, deren Jungfernhaut sich wieder schließt und so weiter. Das sind satanische Lehren, die spätestens dann erfahren werden, wenn derjenige sich und andere in die Luft gesprengt hat und dann da unten oder in der schlimmen Astralebene belehrt wird. Meine Lieben, die Unkenntnis des Gesetzes schützt uns nicht davor, dass es wirkt. Ja? Schaut mal. Man kann sagen, das ist wie das Umschalten von einem Sender zum anderen. Wir verlassen den physischen Körper und betreten den geistigen oder den Astralen und den legen wir auch ab. Und so lösen wir uns Ebene für Ebene auf, bis wir ruhen. Nun könnte man sagen, ja warum ruhen wir denn da nicht immer? Weil unser noch verbleibendes Verlangen, sozusagen gespeichert in permanenten Atomen, uns wieder zurückzieht, genau auf die Ebene unseres Verlangens und da lernen und leiden wir wieder. Die Lehre soll doch helfen, meine Lieben, dass das Leiden, naja, sagen wir mal, so gering wie möglich ist. Denn man kann ja jemanden noch so lange belehren, also zum Beispiel, jetzt mal ein kleines Beispiel, ein harmloses, isst keine Schokolade, ja keine Schokolade. Naja, irgendwann einmal sieht er ein Stück Schokolade und isst es doch. Vor allem, wenn er bereits schon anhaftet an diesem Geschmack und so weiter. Wir sind doch alle keine Götter sofort. Wir sind Götter im Werden. Meine Lieben, Stufe für Stufe entwickeln wir uns hin zum Gott, der wir sind. Meine Lieben, ich verlese euch die Worte eines Heiligen. Und zuvor muss ich sagen, es ist jetzt schon so, dass in Deutschland die Muslime, also die radikalen Muslime, nicht die lieben, guten Menschen, die also dem Koran folgen, sondern die radikalen, die schon sagen den Deutschen, wir sind hier ein muslimischer Staat. Wenn euch das nicht passt, müsst ihr ausreisen und euch ein eigenes Land bauen. Meine Lieben, so geht das nicht. So geht das nicht. Lasst uns doch die Emotionen, lasst die mal außen vor und lasst uns doch vernünftig miteinander reden. Ich lese Worte eines Erleuchteten. Der hieß Shamsi Tabrisi. Der sagt, Ein Mann voll von selbst kam und sagte, Erkläre mir die Geheimnisse. Ich sagte, ich kann dir nicht die Geheimnisse erklären. Ich erkläre die Geheimnisse dem, in dem ich nicht ihn sehe, in dem ich mich sehe. Und dann fährt er fort. Ich erkläre die Geheimnisse des Selbst mir selbst. Ich sehe mich nicht in dir. Ich sehe jemand anderes.